Fragt man unsere Experten, wie die Chancen stehen, wie die Lage sie bewerten, was könnte diesmal gehen, dann flüstern sie dir zu, nur hinter vorgehaltener Hand, diesen einen Satz, der mittlerweile allen wohl bekannt. Wir sind wieder Geheimfavorit, wir sind wieder Geheimfavorit, ja wir spielen wieder ganz hohr mit, schließlich sind wir Geheimfavorit, das ist unser Geheimfavoritentipp, drum sind wir jetzt auf das Geheimfavoritenlied, viele Bühne, nicht so laut, sonst kriegt es Gachter Gegner auch noch mit. Und schließlich sind wir Geheimfavorit, endlich wieder Geheimfavorit, wir sind wieder Geheim, wir sind wieder Geheimfavorit. Oh yeah!